Geht los! Leute! Geschenk! Bitteschön! Hallo! Hallo! Tolle Angebote auf Mittwoch hier im Güdigmarkt. So Murat! Deine Sache! Gut, dann fangen wir an. Hier haben wir Zitrone, aber süße Zitrone, ne? Das sind richtige süße Zitrone. Stück 79 Cent, 3 Stück für 2 Euro. Zivit-Ananas haben wir hier im Angebot. Also die schmecken wirklich wunderbar. Das sind richtig süße. 2,99 Euro pro Stück. Dann haben wir hier Dett-Jonah-Press-Epfel-Kilo, 1,69 Euro. Clementine haben wir hier. Beutel 1,29 Euro. Zwei Beutel für 2 Euro. Zwei Kilo jedes Netz. Also Beutel 1,99 Euro. Paprikaschoten gefüllt. Können wir machen. Auch mal was Schönes. 89 Cent oder für 1,20 Euro. Zwei so eine Beutel, ne? Also gefüllte Schoten. Capriapaprika, 500 Gramm jede Beutel. Pro Beutel 1,29 Euro. Paprikaschoten gefüllt. 500 Gramm jede Beutel 1,29 Euro. Paprikaschoten gefüllt. 500 Gramm jede Beutel 1,29 Euro. So. Zalatersen haben wir hier Leute. Zwei Beutel für 1 Euro. Sitronen Beutel 99 Cent. So. So. Bulmkola haben wir hier. Brochstück für 2,99 Euro. Brokoli 99 Cent. Sherry Tomaten. Zwei Schale für nur 1 Euro. Mega. Also das sind Gurken für 1,19 Euro. So eine Mixtschale. So eine Sherry Tomaten. Auch zwei Schale für 2 Euro, ne? Strauchtomaten im Angebot. Pro Kilo 1,49 Euro. So. Sherry Tomaten. Die sind richtig Aroma. Schmecken sehr gut. Richtig süß. Also zwei Schale für 2 Euro. Und dann haben wir hier Dattel Tomaten. Dattel Sherry Tomaten. Auch zwei Schale für 1 Euro. So. Dann haben wir hier rote Perle. 500 Gramm. Pro Schale 1,29 Euro. Zwei Schale für 2 Euro. Also Kilo 2 Euro. Leute. Geschenk. Vorbeikommen. Fleisch ist aufgefüllt. Wurst ist aufgefüllt. Also wir sagen bis die Tage. Bis die Tage. Danke. Tschüss.